So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, arg Video, ähm, da sind wir jetzt schon hier geblieben, stehen wir am gleichen Ort wie vorne. Ja, wir sehen, wir machen einfach weiter. Ähm, ich schaue jetzt nochmal schnell um wegen dem Ankylo-Dokus und so. Schauen wir noch was Gescheites finden, respektiv ganz geil wäre natürlich, wenn wir noch einen Drop holen können. Heisst dann schnell leveln auf Level 25. Uff, weiss, bin ich runtergehalten. Egal. So, das ist ein Beat, wo wir geschillt laufen, wie so ein Dulli, wie 40, nein, nehmen wir nicht mit. Inzwischen einfach Säge machen wir bootfertig. Moment da. 70. Waren wir da. 10. Waren wir da. 20. Waren wir da. Nein, brauchen wir nicht. Und da bist du. 10. Ei, 6, nur Low-Bobs. Aber müssen 150 gehen, also so, wenn ich so die Levels anschaue, müssen bis 150 gehen. Jetzt im 5er Schritt. Was ist ein Strike? 15. Hei, dann zack nochmal. Ja, ich würde einfach schauen, dass ich ein Boot fertig crafte, dann noch eine Kruse weiter. Ja, nochmal ein Strike. 25. Wir steigern uns. Wo bist du? Oh, 60. Legt ihr mir. Will ich aber auch nicht. Äh. Ja. Schau mal, dass ich nachher das Boot zubauen kann. Dann müsste er LL-L-L-L 25 sein. Müsst zu LL 25. Was bist du? 90. Öh, oh, nicht mehr. Nein. Was bist du? Aber der ist nämlich schon mal abgerackingt. So, hey, uah, warte, holz, äh, die Wende wieder zuschauen, ne? Holz, Wand, kann drüchst du Körschel, wir buchen noch, 1, 2, 3, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt der 4. Hei, ne, uah, 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 schau ausdrücken. 4, nicht ganz. Gut. Zack, zack. Noch zu... Moment noch 2. Irgendwas habe ich irgendwann mal verrechnet. 2, perfekt. Da haben wir die doch gehabt. Zack. Zack, zack. Den Buch rief 4, ne? Der Holz. Schreck, schreck. Schreck, zack. Schreck, zack. Das gerade haben wir schon. Wird. Eis 2, Eis 2. Ist das? Schreck, zack. Von dem Buch hier auch 2. 2. Zu richtig, oder? Ja. Den... So. Den nochmal 2. 4. Und jetzt nochmal... Oh, die ist gut. Die Buchi. Ähm. Da 120 Bewegungsschwindigkeit. Nehmen wir das Level ab. Ähm. Ähm. Brauche ich momentan noch nicht. Gut. Noch 1 Level. Na gut. Die Droppe ist eh weg. Nicht zu verwirrleiden. Aber die Sache brauche ich trotzdem. Nicht zu verwirrleiden. Ähm. Ähm. Schlitzschweig. Oh, die Klanet. jetzt aber ich habe doch schon eins in den Schrank hingegen und schon Metall farmen Ladochen Ladochen Vielen Dank. Das war's für heute. Und dann bauen wir den Kochtopf. Dann gehen wir hier hin. Zack. Dann gehen wir dort hin. Zack. Und dann fahren wir weiter Richtung Bausport, den ich überlegt habe. Hast du dich überlegt oder hast du ihn gefunden? Ich habe ihn einfach überlegt. Ich muss nur noch anschauen, ob ich ihn wirklich haben will. Aha. Das ist einfach so ein Bausport, wo ich einmal vorbeigelaufen bin. Und jetzt denke ich, mal. Mal schauen, wie er wirklich ist. Sonst habe ich einmal nur vorbeigeredet, jetzt mal genau anschauen. Vorher ist schon eine Wahl gekommen. Ah, jetzt schon wieder eine Wahl, wenn man vom Teufel spricht. Ich habe nicht eine Wahl am Arsch. Nein. Wie war es mit dem Floß? Und das Problem ist, von der Pflanzenfresserinsel zum Festland. Zum Festland von der Insel? Haar. Macht das Sinn? Nein. Nein. Von der Pflanzenfresserinsel zum Festland. Du musst ja über tiefes Gewässer. Da kommst du ja rundherum. Ja, logisch. Aber das ist doch nicht so gross. Soweit ist er ja nicht. Ja, soweit ist er nicht. Wie geschafft, aber das Boot auch gleich kaputt. Ja. Gib alles Boot. Gib alles. Jetzt hört sich das Turbulat aus. Ja, ja. Ja. Wo ist das hier? Gut, er ist hängen geblieben. Ich bin auf dem Fesel nachgekommen. Jetzt muss ich erst für das Boot reparieren. Oh, warte, ist das safe? Ja, das ist safe. Safe, safe. Äh, brauchen wir. Leder. Fasern und Holz. Was fehlt denn? Wollen wir es reparieren? Wollen wir es hier noch nicht? Nein, das mache ich nicht. Irgendwas fehlt. Nehmen wir mal eine Fasern. Die haben wir einen schönen Strand runter. Gut, Holz haben ja auch nicht mehr viel. Okay, Holzsack. Ich gehe Holzsacken. Gut, überladen. Okay. So, da wird es lang. Lange. Perfect, lange. So, jetzt Level up. Uff. Uff. Gewicht. Der Armbrust freischalten. Brustarm. Der Lupe. Dann können wir weiter auf die Pötel hier. Ich habe es doch so im Chat. Es ist einfach alles so, als wäre ich jetzt alles satt bin. Also, vielleicht sind auch alles satt bin, aber... Dann würde ich glaube, admin vorne rastehen, aber... Was soll ich meinen? Mmmh. So, ich sehe es doch den im Video. Ja, ja. Oh, ich habe mich gleich fertig gelungen. Ja. Ja. Ah ja, gestern war es ja geil, habe ich eine echte ... echte Arnis, ich bin auf den Sack gegangen am Strand. Ich habe ihn einfach jedes Mal getroffen. Du siehst, jedes Mal das Blut spritzen, davon haben sie zweimal gezählt und etwa sechs Mal geschossen. Wie ist der, he? Auch geil. Nachhaltig hat es auf den Boden, sie ist einfach zweimal getroffen, aber irgendwie hat es sehr viel im Grin drin, aber egal. Bei den Togos auch immer so, wenn es so perfekt ist, wenn es 8 zu dünn ist, irgendwie. Wenn es perfekt ist, dann hat es schon zu dünn, ja. Ja, dann hört es die Hipox nicht mehr an, oder? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Mhm. Und der Wasser ist einfach schwarz. Und der Wasser ist einfach schwarz. Und der Wasser ist einfach schwarz. Ja, schon lange kam letztes Spiel mit. War es ein Meer gewesen? Nein, es ist einfach Nacht. Also jetzt ist es gerade morgen, aber ... oder weisst du jetzt nicht? Ja, morgen. Ja, morgen. Wenn ich vier ein. Ja, wer würdest du nicht gerne morgen am vier gehen tauchen? Ja, morgen musst du am vier gehen tauchen? Na, wer würdest du nicht gerne morgen am vier gehen tauchen? Aha. Ich gehe jetzt nicht gerade auf den Bödel da. Ja. Dann muss man die Kruse. Das Geile ist, jetzt sind wir ganz oben. Ganz oben in Nord-Osten. Damit man dann wieder mit in die Karte fahren kann. Egal. Ich gehe jetzt mal an den Baseballspot auf Island. Weisst du noch? Hä? Weisst du noch den alten Baseballspot auf Island? Bei unserem ersten DIM-Server oder welchen? Ja, ja. Einen fetten Kratz. Einen fetten Kratz? Ah, meinen fetten Kratz? Dann tust du ihn bald. Wo? Hier im Eisbium. Der fetten Kratz. Aha, ja. Den haben wir zusammengefahren, ja. Eben ja. Aber du hast auch einen fetten Kratz gehabt. Ja, einen fetten Kratz gehabt. Aber er hat einen Giga reingepasst, hey. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich meine eigentlich eher so den Bauspot, wo wir neben dem Sumpf gingen. Ja, ja. Der letzte Giga-Spot. Ja, ja. Mit dem Plateau meinst du? Der mit der Burg. Ja, ja. Also ja, Burg. Burg halt, ja. Eigentlich schon mehr Burg. Aber kleine Burg. Kleine Burg, ja. Jetzt waren wir kleine Bürger. Und meine Unterwasserbasis. Die war auch mehr Klotz. Ja, aber die kannst du auch noch Klotz bauen. Nein, nächstes Mal baue ich sie rund. Oh, ich bin faul. Da wäre halt wirklich interessant, ob der will gehen. Unterwasserbasis rund. Ja, jetzt schübe ich mir die Träute in den Ding, ja. In den... Au, au, au. Ja, was ist mein Mann? Egal. Nein, du kannst die ja rausnehmen. Was? Ja. Ich habe ja einen grossen Rund gehabt. Stimmt, ja, voll. Und den Eingang. Du bist auch... Ja, wie willst du die Runde gehen bringen? Das ist auch eine Frage. Winkelschliefer. Winkelschliefer. Ja. Wegen Steinschroten. Was? Zum Steinschroten, oder was? Nein. Für was denn? Wenn man mit dem Zeug umgeht. Bist du schön gegeneinander schlot? Zwei Diamante. Bist du beide, nimmst zwei Winkelschliefer und hebt sie gegeneinander. Genau. Nein, ja, diese Woche mussten wir ja einen Stein setzen. Wir mussten einen Scheiss Steinschroten mit dem Fäustel. Was schroten? Einen Stein! Also geschrotet. Ja, geschrotet. Heisst? Kaputt gemacht. Zugeschlagen. Also halb zugeschlagen meinst du? Genau, ja. Extra so, dass man es versteht. Eben schroten. Nein, du hattest noch nie gehört. Ich gehöre nur noch. Wir schroten eben das Zeug recht auf den Bauch. Wir schroten jeden das Zeug, oder was? Eisst du es? Wir schroten jetzt. Und du schroten, oder was? Eisst du es? Wieso regnet es jetzt? Mal draussen? Ja. Ich sehe nichts. Vollgas. Ich sehe nichts, ich sehe nur schwarz. Ja, schau es sich an. Ich hatte ja auch schon den Physikseblick. Fast. Das ist gleich der Weltuntergang. Ich sehe wirklich nur schwarz. Ah, ich sehe eine Licht. Nein, wir haben jetzt mit dem Fäustchen den Scheiss Stein verschlägen. Nein, nicht. Nachher war der Stein her. Nachher ging es zum Polieren. Ich bin kaputt. Nein, nein. Kollege. Kannst du mir echt zeigen, wie man gezielt schroten? Ja. Weil ich ja schon, weisst? Bin ich zum Portugies gegangen. Haben gesagt, kannst du mir zeigen, wie man schroten? Er hat gefragt, für wen man schroten muss. Er hat gesagt, gerade für den Schacht. Weisst du, beim Schacht kannst du nicht so weit runter schlafen. Einfach den unten weg. Ja, logisch. Genau. Ich hatte einfach den Stein so geschroten. Und nachher... ... habe ich nicht mehr gewusst. Auf einmal schauen. Ja, habe ich es nachher selber probiert. Im nächsten Schacht. Nicht funktionieren. Also ja, ich habe den Stein auf der einen Seite geschlagen. Kaputt. Andere Seite geschlagen. Auch kaputt. Also falsch gesprochen. Noch nicht. Nein, weil ich ging zum Kappen und die Frau ging schnell. Dann hätte ich es schnell zeigen können. Noch nicht, ist es gut gegangen. Auch mit dem Fäustel, weisst? Haben wir noch gesagt, also. Also ich habe dann zwischendurch noch schnell einen Bossierhammer geholt in der Barakke. Dann habe ich gesagt, ja... Oh ja, geh, komm. Das ist eigentlich wie ein Fäustel, nur mit eckigen Kanten. Das ist ja nicht... Das ist... Das... Das Haltprofessionelle. Zum Stein schroten. Das ganz Professionelle ist der mit dem Diamanten. Dann geht es nicht mehr noch besser. Aber dann haben sie gesagt, ich würde noch einen Bossierhammer holen. Dann haben sie gesagt, ja nein, ich muss nicht, ich habe gar keinen. Und ich so... Wieso hast du keinen Bossierhammer, den braucht man normalerweise auf der Baustelle, zum Stein schroten? Dann haben wir ihn mit dem Fäustel, auf dem Fall. Das geht auch. Ja, das geht auch. Ja, das geht auch. Aber... Aber weisst, der Fäustel ist ja rund, oder ja... Abkantet. An der Kante. Und der Bossierhammer halt nicht. Und um selbst geht es halt. Weisst du, das ist eine scharfe Kante, die du nachher aufschlagen kannst. Das ist scharfe, eckige halt. Ah, ich sehe nichts. Ja. Stai. Kommis, Stai. Ja, da ist wohl immer wieder gelungen. Hat es diese Prüfkundenlehrerin gesagt, Ich hab da ein Auto gemacht, was wir nicht mehr zu tun hatten. Nach der Prüfung hätte es gesagt. Ich hab da ein Auto gemacht, ladet da lustige Videos hoch oder auch... Nein, ladet da lustige Videos hoch. Oh no. Jetzt gehört er nicht weiter. Wann ich? Wann ich schnell? Ich hab das Youtube Video eingeladen, ich hab Spaß. Ähm... Ja... Ich muss schon eine Amoderation machen. Wie man gesehen hat, komme ich hier nicht mehr weiter. Ich meinst, wenn ich den Scheid aktiviere. Ich muss jetzt den Scheid aktivieren, dann Spass. Ähm... In diesem Fall... Schauen wir mal, wenn es hell ist, was das Problem ist. Vielleicht kommen wir dann gleich weiter. Und äh... Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt doch gerne einen Like hier. Oder ein Abo. Wenn es dir gefallen hat. Und ja... Tschödelö!